22 Feldspieler und drei Torhüter, die sind grundsätzlich fit und wir freuen uns jetzt auf den ersten Trainingstag auf dem Platz. Im Endeffekt hoffe ich, dass die Fans sich darüber freuen können über eine Mannschaft. Also das wird das Schüsse sein dieses Jahr, wir müssen dieses Talent, was wir haben, müssen wir umformen können in eine Mannschaft. Im Endeffekt kann Talent viele Spiele gewinnen, aber Mannschaften gewinnen im zweiten Fall Titel und das haben die letzten Jahre auch gezeigt bei uns in 2019. Vor allem letztes Jahr fand das, wo wir nicht so viel Talent hatten wie dieses Jahr, aber sehr viel Herz und sehr viel Leidenschaft und viele auch in der Lage waren, einander was zu gönnen und das hat alles dazu geführt, dass wir eine Top-Mannschaft waren. Und das müssen wir dieses Jahr wieder hinbekommen. Wir haben sehr viel Talent, sehr viele junge Spieler, aber Alter ist egal, sondern es geht darum, was die können, aber wir müssen als Mannschaft funktionieren. Ich habe heute auch die Jungs gesagt, es ist Entwicklung im Jugendbereich, aber Entwicklung im 19-Bereich geht Hand in Hand mit Ergebnissen und Erfolg und das fängt schon beim ersten Testspiel an. Ich bin kein Trainer, der sagt in der Vorbereitung, dass die Testergebnisse egal sind, sondern ich glaube daran, dass wenn man etwas formen will, wenn man Erfolg haben will, dann ist es auch ein Training wichtig. Das ist was bedeutet, wenn man spielt, dass es darum geht zu gewinnen. Das Wichtigste für mich ist, dass die Jungs, das habe ich ja noch heute gesagt, verstanden haben, dass es geht darum, jeden Tag zu nehmen und das Beste daraus zu machen und nicht irgendwann dazustehen und sagen, nee, ich habe nicht jeden Tag das Beste daraus gemacht, weil zwischendurch mal habe ich gedacht, es reicht auch mit 80 Prozent, weil dann werden die sich etwas vorwerfen können und dann wird der eine oder andere nicht das schaffen, was er von träumt im Herrenbereich. Und das ist im Zweifel auch das Allerwichtigste heute, auch die Botschaft von mir war, nehmt euch denn Zeit, nutzt denn Zeit im Jugendbereich, nehmt die Hilfe an und dann ist es auch so, dann steht man irgendwann von Spiegel und sagt, okay, ich habe alles getan, dann kann man es ja auch keinen Vorwurf machen, wenn es nicht gereicht haben für die großen Träume, aber das kann man, wenn man das nicht gemacht hat und das habe ich dann heute darauf erinnert. Bis zum nächsten Mal, 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 bis